es ist gerade das sound gewesen warum bin ich jetzt wieder hier gespawnt wir spawnen immer bei dem lager bei dem bunker nein nein wo seid ihr ach so ihr seid woanders ge... oh wo bin ich? hä? wo bin ich gespawnt? wo seid ihr gespawnt? wo seid ihr? ja wir sind bei der steune ja wir können auch das hemmen ja dann lassen sie ihn spawnen erstmal das müll den ich nicht brauche hier reinlegen schnell reise nicht verfügbar zum beispiel explosive tanks habe ich das gefühl brauche ich nicht warum kann ich jetzt nicht schnell reisen? was ist das denn? ähm ja also... hä? ich bin verwirrt gerade wir müssen ja zu diesem salthemm-dings da ist ja ein unterschlupf warte was brauche ich für ne äh schüsse äh ich mach mal meine ar weg weil ich mag ars irgendwie nicht im zweiten slot gut dann bin ich jetzt komplett woanders kann ich wenigstens zu euch oh wait ich hab die ganze ich hab die ganze zusätzliche munition die ich hatte weg gepackt weil die brauche ich nicht da sind meine waffen denn ne? zielfernrohr? hä hast du auch... ist auch deine sache da drin? ne oder? hm keine ahnung ich hoffe nicht ne ne sinds nicht das sind meine ok ok wegen das ah ok ich hab 24 neus textil alter 13 kleber what the fuck hm konnte man hier auch kraft ich glaube nicht hier konnte man die gott manular an glaube ich würde also hier in der scheune ja man kann man kontinuier obwohl vielleicht kann es auch über eine crafting bench ist so weil mein griff und so ne ist ja nicht mein gott ich hasse mich gerade wo habe ich dann alles darüber gesteckt ich habe jetzt gegner bei uns ich hab die ganze position halt darüber gepackt so jetzt kann ich zu euch aber können die mal dahin porten zu dem salz hemmen können wir nicht da waren wir aber schon leute trotzdem kräftig porten doch können wir also dorthin travel können wir schon eigentlich wenn man das erkundet ist die radio was ein feld radio was er sich älter ich bin verwirrt was es mir bringen soll der feld radio halt du kannst du jetzt du empfängst du halt so die denn denn den alltag lol nicht mehr als erfolgs empfänger von militär und so weiter halt diese durchsagen so weiter wenn ich über funk du kennst dich aus der russ und klar den schluss habe ich den was sie war ja und kann ich mal sagen wir lieber so als wir waren ja schon wir müssen jetzt weiter wir haben wir das ganze gebiet hier auch schon durch so ist jetzt einfach nur weiter naja du hast alles durchsucht hier wo ich bin jetzt haben wir alles schon durchsucht das war war neulich mit euch neulich akka waren jetzt dann die beim bauernhof haben wir auch schon gern dann gehen wir jetzt machen wir mal einen fußballplatz wo wir immer noch nicht die waffe ist jetzt mal hier schon mein wegpunkt auf nach afghanistan also wenn man wenn man sache in der kiste bliegt dann kann man die dann später wieder aufheben aus den anderen kisten die sachen teleportieren sich einfach weil es macht okay das ist also in der chest aus minecraft gut zu wissen ja die hände fest kann es ja nicht mitnehmen mit einer spitzhacke das unterschied da muss es ein ding sein wer ist noch mal er ist noch mal schauke box kann man sich eigentlich gegenseitig um schließen das ist ja langweilig ich auch scheiße ja ich weiß deswegen ist es wirklich besser so dass wir keine fahrräder hier waren auch irgendwann fahrrad stände ja da war hier hinten by the way ja da ich glaube ich irgendwo hier war der leutlichen box hat oder nee doch 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 bei den häusern in die richtung alter Die will gar nicht springt bei mir. Ich nehm mein Fahrrad in my ride. Ich nehm mein Fahrrad in my ride, ich nehm mein Fahrrad in my ride. Stopp, stopp. Ihr Anfänger, Alter, könnt euch mal bremsen. Alter, es ist immer noch anstrengend, diesen kleinen Hügel hier hochzufahren. Ich wünschte, man könnte so richtig geil drüften mit der Handbremse hier, aber kann man halt nicht. Warum ist Bond mein Fahrrad im Gebüsch, Mann? Ich bin immer noch dieser Ledertyp hier, Alter. Der Ledertyp. Wollte ich ja sagen, sollen wir auf die Hauptstraße fahren, oder? Ja, wir müssen, aber bei der Farm waren wir ja auch schon. Ich habe einen Wegpunkt gesetzt, da können wir mal hinter das Nächstes. Hm, 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 hm. Ach da, warum, da, was da hinten? Na, da ist ja sonst nix mehr, da ist ja nirgendwo mehr Häuser. Oder wollt ihr zuerst zum Zipfel da runter? Oh ja, kurz Björn, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ja, ich war gerade, Mann, was willst du denn? Lass mal hier hin. Mann, warum denn? Wegen der einen Waffe, die ich gefunden habe. Oh, geh dir jetzt schon wieder zum Fußballplatz. Der Fußballplatz war weiter rechts, by the way. Alter, okay, doch, hier zählt noch dazu, glaube ich aber. Wartet auf mich. Was? Die sind doch noch Gegner. Ja, da vorne, das siehst du direkt. Ne, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist ein anderes Ding. Ich meine, das... Ich meine, das... Mann, ich treffe ihn mit der AR von der Zand nur so halb. Weil wenn ich auf fucking Fernglas... Fernglas habe ich schon mit... Die Ferne... Das ist... Da vorne ist mein Fahrrad. Ne, aber mein... Ich wollte gerade sagen, warum kann ich auf mein Fahrrad nicht raus? Nee, 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 nee. Oh. Ich wollte grad... Äh. Ich wollte grad... Ich wollte grad... Erstmal Feuer gelegt. Hier waren wir doch auch schon drin, oder? Jetzt lockt Emily, aufknacken! Ich dachte, wir waren hier schon überall. Nee, wir waren hier auch gar nicht. Also, da rechts muss man aufknacken, Emily hier rechts. Ja. Hier. Oder man geht einfach von hier rein. Nee, du musst es aufknacken, ob wir auch... Durchlaufen können und nicht eingekestet werden. Null. Ist da irgendwas Besonderes? Erstmal von hier drunter schauen, weil es so wichtig ist. Moin Nachbar! Entry, komm mit. Danke. Ich hab dann nebengeschossen, danke so. Schöre Zerstörung. Hm. Ich hab grad richtig die harten Framerobs, als ich den in die Sprecher so geschaut hab. Hast du mit der... Mit der... Mit der... Schubkarre gemacht? Okay. Was ist denn Emily, hä? Aber... Ich hätt ne Landmine gefunden. Boah, krass man. Yalla, yalla. Lattme meine Beine wegsprengen. Hallo, Wakba. Der war so ungefähr. Ja, ich muss die Landmine... Die Mino muss in eine Ziege gesteckt werden. Dann macht's nur Sinn. Dann. Jetzt hab ich ne grüne Windjacke. Gott. Ich will nicht noch was, Alter. Die hab ich grad extra weggesteckt. Ja, ich hab ich auch grad wegge... Warte, was? Ah, ich hab was aufgehoben. Etwas. Ein Sammelgegenstand. Ah, jetzt hab ich... Ich hab hier oben gepreut, aber hier die Waffe. Ne, jetzt hier... Bei mir ist nur ein Scope drinnen. Schade. Was der... Doch, hier ist die Waffe! Ah! Cool. Es ist ne Sniper. Schon wieder? Eine Einser-Sniper bei mir. Droppen. Mal schauen, vielleicht hab ich was anderes. Vielleicht hab Glück. Ja, die Waffe liegt hier. Hast du den dann mit dem Gegenstand mitgenommen, der hier lag? Ja, hab ich. Hab ich. Bei mir steht es... Haben wir jetzt über eins von eins hier. Cool. Ja, es ist... Ist ein Einser-Gewehr. Boah, wie langweilig, Alter. Boah, wie ich mein Fahrrad gepackt. Das macht... Boom, boom, boom. Ich hab hier wieder ein Zweier-Gewehr gefunden. Shut the fuck up. Bitte. Shut the fuck up. Ja, hier oben ist noch ein Zweier-Gewehr. Warum ist denn bei dir da oben ein Gewehr? Da soll doch mal eins hier rumliegen. Excuse me. Das stand... Das war in der Kiste drin, ne? Ja, bei... Da war bei mir ein Scope drin. Ach, in der Kiste. Also hier in der Kiste war bei dir ein Scope drin? Ja. Also dann nehm ich mal das Gewehr mal mit. Dann lass uns mal den Job mal. Kannst es aufheben. Ich komm drauf an, was ist es denn? Ja, ja, brauche ich nicht. Es ist ein normales Jagdgewehr. Der Sniper brauche ich auch nicht. Ja, hier drin liegt... Stufe 2 Snipes. Ja, genau. Ja, hab ich ja auch, deswegen. Ah, okay, gut. Ah, ich glaube, die haben letztens alle gemeinsam bekommen, die Stufe 2 Sniper. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Stabila ist Emily auf jeden Fall. Warum nicht hier noch ne Landmine rum? Die liegen da... Die liegen da in der Zeit schon rum. Die könnt ihr alle aufheben. Ey, wo ist ne Fahrrad hin? Oh, Pock, Alter. Ich hab ne Make-up bekommen. Ich wollt schon immer springen, ey. Mein Fahrrad steht hier hinten. Hehehehe. Das hab ich da... Das hast du's ganz schön mit wegge... Oh, ich fahr jetzt erstmal bei Björns Fahrrad drüber. Ja, das ist Stabila ist dein Fahrrad am Ziel. Arto, wir müssen in die Richtung, ne? Das weißt du... Ah, okay. Jetzt wollt ich umnieten. Ja. Ja, ich kann das Collectible Aura nochmal einsammeln? Okay. Cool. Wieso kann ich's auch nochmal einsammeln? Ich glaub, das kann jeder... Ja, jeder einstellen, ja. Ja, aber er stand schon vorhin eins von eins dran, wo Arto eingesammelt hat. Das ist die falsche Richtung. Du willst ihm einfach hinterher fährst? Alter! Geh weg! Ja, wir können auch einfach auf die Landstraße fahren und dann die Landstraße... eigentlich Landstraße weiterfahren, so. Ja, Emily fährt dafür noch falsch. Ja, ja, ich komm. Ich... Ich wende. Wenn's geht, bitte wenden. Peng! Ja, Emily. Okay, hier ist... Hier ist der Fußballplatz. Ja, jetzt müssen wir noch die Waffe hier finden. Los, los. Ich hab Bock drauf, ey, wie gesagt. Ja, da steht ja auch. Sight, Wallen, IP. Ähm. Null von eins offen. Erstmal von dem Fahrrad neben dem Fahrrad gepackt. Du meinst, der steht da ins Licht. Ja, das war schon ganze Zeit so. Das wollte ich nur erwähnt haben. Achso. Oh, das klappt. Oh, das klappt. Hoppala. Alter, ne Beicherjacke in violett. Aber wird ja gar nichts mehr angezeigt mit ner Waffe. Halt n' Kek. Kek W. Du tschu. Du tschu. Noch mehr Munition? Hab der fuck ab, Nachbarn. Hä, wo ist denn hier die Waffe? Die muss halt entweder einfach nur frei rumliegen oder in einer so einer Kiste sein. Mir hört ihr gar nichts angezeigt mit Waffe, ihr Keks. Ach, die ist hier im LKW drinne. Vorne oder hinten? Vorne. Links. Ah, was ist das? Das ist ne Shotgun. Ne Shotgun, ja. Was für ne Stufe? Entweder 2 oder halt. 2. 1. Trash. Hat's ja richtig gelohnt, alter. Ja, wir haben die auch hier gefunden, wir können gehen. Alter, als ob die einfach nach vorne war. Das war letztes Mal einfach nur zu dunkel, dass wir uns nicht realisiert haben. Ja, ja, ja. Tschüss, Emily. Ja, ist ja okay. Wo wollten wir jetzt hin? Wo ist mein Wegpunkt oder woanders hin? Vor allem auf der Hauptstraße. Waren wir? Also an der Farm waren wir da rechts, oder? Naja. Er hat und parkt erstmal wieder. Es sind erstaunlich wenig Gegner grad hier. Ja, vielleicht waren wir die schon getötet. Die ist nicht. Nein. Ach, da vorne sind irgendwo Gegner. Gerade, wo du es gesagt hast, Emily. Sind das nicht die, die wir schon einmal gekillt hatten? Ja, eigentlich schon. Ne, das sind die nicht. Die sind noch irgendwo weiter weg. Oh, da war ein Stein. Ach, doch, doch. Da sind die drei. Die sind drei. Richtung Westen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, also ich hab den in der Mitte rein. In den Visier. Ich hab den linken, in den Visier. Ich hab den linken, in den Visier. Ich hab gar keinen, weil ich keinen sehe. Ähm, von uns, ähm, im Westen, Emily. Siehst du sie nicht? Im Westen? Oh mein Gott. Ich hab auch daneben geschossen. Ah. Ich hab den Gager von Emily. Siehst du sie jetzt? Fuck off, alter. Alter, ne. Fucking. Assault Rifle mit Scope ist halt mega trash. Holy shit, alter. Ich hab einen Schalldämpfer drauf. Was soll ich denn sagen? Schalldämpfer ist besser als einen Scope zu haben. Der Scope sagt ja mega. Arthur, mach den mal weg. Ich will meine Missionen sparen. Danke. Irgendwer wäre auch irgendwie gedötet. Deshalb hast du eigentlich eine Klatze, Arthur. Seit kurzem. Oh, du bist richtig, richtig Bad Boy. Aber ich fand die lila Mütze schon besser. Oh mein Gott, alter. Ich muss erst mal, weil's heiße aussieht, die diesen Stern im Gesicht halten. Aber weil's scheiße aussieht, alter. Was ist das, Emily? Alter, bitte. Du goff. Du fucking goff mit deinen schwarzen Lippen, ey. Echt? Wie schwarze Lippen? Ja, du hast schwarze Lippen. Uff. Das ist nicht mein Fahrrad. Oh ja, die Mütze, danke. Danke, danke. So. Ich warte mal weiter. Tschüss. Ich... Ich bin grad gesprungen. Cool. Kann ich kurz auf den Wart. Halt die Klappe, Emily. Du hast nichts gesehen. Ich würd echt nicht sogar sagen, wir gehen erstmal nach unten, oder? Also in den Zipfel, ja. Okay, dann gehen wir erst da hin. Warte ich's jetzt mal. Ich würd erstmal einfach zu dem Safe-House gehen, eigentlich. Das ist im Bunker. Ja. Moment. Erstmal, weil ich's kann. Das Polizei-Auto wird beklaut. Oh ne. Oh ne. Echt? Moin. What? What the fuck habt ihr das? Okay. Hey. Tür, rette mich. Alter, die Tür ist... Actually echt... Nice, muss ich sagen. Das war ne. Das war kein One-Shot. Das war kein One-Shot to kick. Auf den rechten hab ich one-Shotted. Da hab ich auch drauf geschossen, by the way. Ja. Jetzt die Frage, wer ihn gekillt hat, weil er nicht auf dem Tank hieß, ist der meiste ein One-Shot. Ich hab ihn auf dem Tank geschossen, deswegen. Ja, gut dann, ja. Ich auch. Deswegen. Ich hab ihn auch auf dem Tank geschossen. Haben wir etwa exakt auf dem Punkt genau selber geschossen, oder was? Uah. Ähm. Äh. Ahja. Wir haben genau... Der Tank ist gleich im Moment auf dem gleichen geschossen. Okay. Gut Job. Alter. Führt dein Weg hin? Der erste links, oder? Naja, nach dem Punkt links. Nach dem Punkt links. Ja, ich meine, wir fahren die zweite links, glaub ich, oder? Ja, zweite links. Ja, ja. Die zweite links. Zweite... Der links hier, der führt Wonderson. Der links. Der links führt zum Rand, alter. 40 kmh. Karre mal, alter. Ihr Wichser, alter. Guck mal, wie hinten Emily dann... Einfach noch ein Schild. Ne, ich fall entspannt. Was willst du? Bisschen lahmarschig, ey. Ja, da vorne sind Gegner beide. Ja, ich mach... Ja, ich mach... Ja, das will ich nämlich, dass ihr die Gegner bewegt, damit ich hier entspannt durchradern kann. Oh mein Gott, das ist wieder... Immerhin wird's langsam hell, ey. Das ist ja ewig gedauert. Das ist ein großer. Ey, hat's zumindest da noch angehört. Warte, ich guck mal. War's noch irgendwer? Ja, ich... Doch, ja, da ist noch ein Gegner. Ja. Das ist ein großer. Okay. Oh, okay, sehr schön. Hab den großen. Nice. Erstmal looten. Big guy, big guy. Ich... Ich muss gerade den kleinen Nose go, alter. Aber... Und da links ist noch einer. Okay, dann... Auto safe ich mal kurz. Ich muss mal kurz heilen. Ich muss das Scope von dem AR entfernen, alter. Das ist mir so oft gesagt. Ich hab da lieber keinen Scope, als überhaupt einen Scope drauf. Holy shit. Wo wurde ich denn da geschossen, alter? Ach, da hinten. Die sind so gut getarnt, Junge. Die stehen halt in den Büschen rum. Ja, die sind richtig getarnt. Schon wieder Zwirn. Notsignal fucke. Zwirn. Zwirn mit Björn. Bruder, ich hab Kleber. Ich werd gleich süchtig, danach, alter. Huch. Gleich...